So, und weiter geht es. Ähm. Wir gehen einfach mal von hier aus. Gucken von da aus weiter. Wird sich ja bestimmt noch ein Weg finden. Denke ich. So, also irgendwo in die Richtung. Ja, da. So. Also, die Gegend hier fühlen sich ganz deprimierend. Döchchen. Ich glaube, das hat sich wieder sehr viel gebracht. Und zwar nichts. Woh. Woh. There you go. Woh. Also, am I... Ramp cloud? Guck mal. He lowered his guard. Done and done. One to go. Guck. Das einmal so. Guck. 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 Das ist aber gemein, für ihre Geburt. So. Da ist auch noch Rost. Achso. Der ist dann wieder am rumschmuseln. Oh. Okay, das geht hier wohl im Kreis so. Ich habe fast das Gefühl. So. Enten hat eben schon wieder irgendwas geplackert. So. Will ich aber noch nicht hin. Hier ist doch was versteckt. Eine Crème-Beere. Ach du grüne Neune. Was ist das? Ja. Antler? At least that's what it looks like. So, what does it tell us about the critter we're dealing with? I would say... Tall? For legs? For wings? For eyes? And… Kind of an angry look on its face. You got all that from just this antler? No, it's right there. Ah, du- He must think that we're Hornets too. Ach du grüner neuner Einmal Na toll, er ruft seine Gefährten zurück Das macht sich besser Ja, geil Ja, ich weiß, er bräuchte sie geschlossen Ich vergesse es leider immer wieder Ja Ich glaube so Ich weiß das Aber vielleicht können wir ein Backing Ring um es Ich weiß nicht Entschuldigung, ich bin gut an fixing equipment, nicht fixing fractures Ich denke, du musst du hier sein für ein bisschen für ein bisschen, big guy Was heißt, ein bisschen A while? Ich meine, bis die neue Antlers grow Was, was, was? Was, was, was? Was, was? Ich bin jetzt Ich weiß, was, was? Was? Ein perfekte Hornlösenkiller. Oh! Für einmal möchte ich den Balsam benutzen. Jetzt geht das mit dem Leben auch schon wieder ein bisschen. Ja, die sind, äh, überzugerichtet. Toll. Hm, wo kriegen wir jetzt einen Flugsrohm her? Hier habe ich, glaube ich, bisher noch keinen gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Mach das Ganze ein bisschen schwieriger. Ah, nee. Hier ist bisher noch keiner. Das heißt, wir müssen erstmal kurz weiter gucken, bis wir wieder im Flugstrom finden. Wahrscheinlich wäre hier einer, wenn wir vorher die Dinger verbreitet hätten. Das hier oben kann ich auf jeden Fall jetzt nicht gebrauchen. Hier hinten ist auch nichts. Äh, jetzt mal kurz... ach so. Uh, eigentlich ist schon die Benachrichtigung. Ne, hier ist nichts. Mhm. Mhm. Uh, das ist ja schade. Wäre ja auch zu einfach. Aber hier gibt's welche. Nein, das ist tatsächlich nur so ein Kreis. Okay, da geht's dann tatsächlich nicht weiter. Gut, dann müssen wir danach tatsächlich da oben weitermachen. Schade. Ja, sie hat ja so ein bisschen gehofft, dass dieses Gebiet ein bisschen länger geht noch. Aber man kann halt nicht alles haben. So, das wird zumindest reichen. Dann können wir jetzt zumindest die eine Insel dann noch fertig machen. So, da unten war auf jeden Fall noch was. So, genau hier. Jetzt einmal zurück. Bäh, Hilfe. Äh, hier unten war noch jede Menge. Und ganz viele Bobanüsse. Wobei ganz viele ist auch übertrieben, aber... Ein oder andere Bobanuss. Ja, das war aber noch nicht alles hier. Feinbar. Wo ist denn noch was? Ach, wahrscheinlich das eine Viech hier noch. Geh ich mal von aus. Tach. Wir würden uns ja keine Probleme mehr bereiten. Ja, das war's. 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 Ja. Jaa, Insel gesäubert. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. jetzt diesen Weg. Ganz genauso gut. So, einmal raus. Hier müssen wir auf jeden Fall sehr viel sparen mit den Cremebeeren. Weil ich mag die Cremebeeren. Und ich weiß nicht, ob man die dann irgendwo anders nochmal wiederfindet. Gut, aber in aller Not kann man ja hier wieder zurück. Wäre jetzt auch nicht so der große Umweg. Dank Birbel. Perfekt. Das sammeln wir hier einmal kurz ein. Das wächst jetzt zum Glück auch alles wieder nach. Ich hätte aber auch gerne noch so ein Teil für unser Schliff gefunden. Aber das kriegen wir dann wahrscheinlich wirklich entweder im Sumpf oder während wir der Story folgen. Wir könnten auch nochmal im Schliff gehen. Ich weiß nicht, ob euch das interessieren würde. Aber das würde ich dann als nächstes anstreben. Wir müssen nochmal nachgucken. Hoffen, dass man nicht stirbt. Wunderbar. Ah ne, wir kommen ja sowieso nicht mehr in den Sumpf gerade. Wir können uns da ja nur hin teleportieren. Also hin schnell reisen, wenn... Haben wir da noch nicht alles weg? Das werden jetzt alles. Nee. Gut, hier oben dann vielleicht noch? Da hinten! Das ist nur Rost. Das war jetzt aber der letzte. Gut. Gut. So. Dann würde ich jetzt aber diesen Part auch erstmal wieder beenden. Und wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Tschau! Tschau! Tschau!